Hey Freunde, bevor es losgeht, Abo, Glocke oder andersrum, keine Ahnung, dann kriegt ihr mit, wann das nächste Video kommt. Ihr verpasst unser nächstes Geschmarrinett, kostet euch nichts und win-win. Genau. Und jetzt geht's. Los geht's. Jau! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Comic-Review. Es ist noch gar nicht lange her, ich glaube vor einer oder zwei Wochen wurde die krasse News gedroppt, dass die Comic-Reihe The Walking Dead zu Ende ist. Und nach wie vielen? 158 oder so? 193 Heften, genau. Hat Kirkman die Bombe gedroppt, sag ich mal. Und ja, wir fangen jetzt damit an. Ha! Wie gut ist das denn? Wir fangen an mit The Walking Dead, Band 1. Ja, gleich eins dazu. Diese 193, ist das? Ne. Wie gut ist das? Ah, hier, 1 bis 6. Genau, wir fangen damit an. Und zwar The Walking Dead, Band 1, gute alte Zeit, aus dem Cross-Cult-Verlag. Story ist von Robert Kirkman, Zeichnungen Tony Moore und Charlie Adler. Wir haben hier das Soft-Cover-Exemplar. 144 Seiten für 8,99 Euro. Wie machen die das? Ist das wirklich alles? Ist das, weil es nicht kollogiert ist halt, denke ich, weil es schwarz-weiß ist. Ich glaube, schwarz-weiß, ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, dass schwarz-weiß einfach die Druckkosten immens senkt. Deswegen sind die Mangas auch alle so billig. Das könnten, okay. Also ich glaube einfach, dass es tatsächlich so ist, dass es die Druckkosten so krass senkt. Ich wollte jetzt fragen... Die sind ja schon immer schwarz-weiß gewesen. Ich wollte jetzt anfangen mit Hardcover, Softcover, Geschmarrie, aber... Ich glaube nicht, dass es so billig ausmacht. Aber die Druckkosten, klar. Weil ich jetzt dann nämlich auch mir gedacht habe, okay, ja, vom Kolorieren, aber ich meine, das muss ja auch durchgeschädelt werden und so. Aber ja, die Druckkosten. Ja, ich denke, dass das von den Druckkosten her also immens ist. Ich habe mir aber... Also ein kurzes Backstory zu dem ganzen Ding. Ich hatte schon mal die Hardcover-Bücher ausgeliehen. 1 bis 14, glaube ich, war das damals. Das ist auch schon etliche Jahre her, wie die zweite Staffel von The Walking Dead angefangen hat. Also das ist schon etliche Jahre her, hatte ich diese Bücher zu Hause. Und dann lange Zeit wieder nicht mehr. Und ich habe jetzt wieder damit angefangen und habe mir die Softcover geholt. Beziehungsweise habe ich angefangen mit den Softcovern, weil ich die vom Preis-Leistungs-System her so geil finde. Ich meine 8,99 Euro. Das ist easy peasy ist das. Vor allem ist es ein geiles Format. Und das ist das nächste. Es ist ein wirklich sehr, sehr geiles Format. Was man auch einfach mal so in die Jackentasche stecken kann und mitnehmen kann halt. Das ist auch nicht so schwer und so sperrig wie ein Hardcover. Da zahlen sich die Softcover-Vorteile mal richtig aus, finde ich. Und ich musste diese Serie, weil ich weiß ja wie groß diese Serie wird, nicht im Hardcover zu Hause haben. Obwohl die Hardcover auch sehr schön aussehen halt. Die haben wirklich tolle Cover und du kannst die aufklappen beziehungsweise nebeneinander stellen, die Coverfronten und sowas. Und dann gibt es ein Bild und so. Also das ist schon auch geil. Lustiges Taschenbuch-mäßig. Ist auch geil gemacht halt. Aber mir taugt es jetzt hier erstmal wirklich. Ja. Also ich finde es echt super gemacht. So von der Aufmachung her und auch so von der Qualität vom Papier und so. Ja, ist schön. Kann man nix haben, gell? Es ist zwar, ich würde sagen, ein dünneres Papier, aber es ist trotzdem noch fest genug und auch... Ja, noch wertig. Also es war halt noch einen wertigen Eindruck. Ja, und so der Einband ist auch stabil und also ja, ich finde es einen guten Wert für die 9 Euro. Story-technisch, Zeichnungen habt ihr jetzt 2 gesehen, mehr hat er euch nicht zeigen wollen. Oh, ich hab ein paar mehr gemacht, oder? Echt? Ja, ich glaube schon. Ist egal. Pferd? Hier, Pferd. Pferd. Ja, wir haben diese... Oh, Pferd, ja. Geile Story. Wir haben... Ja, das ist halt eine coole Szene gewesen. Besonders eine markante, die auch in der Serie recht gut gemacht wurde. Ähm, im Comic ist es aber anders. Ähm, wir haben hier Charaktere, die ähm... Gibt's in der Serie nicht, es gibt Charaktere, in der Serie gibt's... Genau, richtig. Und das macht den Comic eigentlich auch, wenn man jetzt sagt, ja, ich hab die Serie gesehen und den Comic aber nicht gelesen, das macht den Comic deshalb schon sehr interessant. Und es macht's für uns unfassbar schwer, auch nur irgendwas darüber zu erzählen, weil selbst der erste Band ist schon in vielen Details so anders. Anders als die Serie, das... Äh, das ist schwierig. Ähm, gut, alle Zeit, ähm, es überschneiden sich ein paar Sachen mit der Serie. Das ist, also, dass es halt, äh, Rick eben im Krankenhaus aufwacht, dass er halt den Weg zurück macht, dann in der Stadt ist, auf Glenn trifft. Allerdings ist, ähm, hier schon mal der Unterschied, dass Rick sich nicht im Panzer versteckt, zum Beispiel, ähm, die Szene gibt's im Comic so nicht, dass er sich da verstecken muss. Ähm, dann trifft er auf das Camp mit Glenn, dann kommt er zu seiner Frau wieder zurück. Das ist ziemlich gleich wie in der Serie. Allerdings haben wir hier schon andere Charaktere dabei. Und Charaktere, die gar nicht da sind, Daryl zum Beispiel. Es gibt ja keinen Daryl hier, also, das ist... Und, ähm, nun mal so für, für den, für den Ablauf der Story, der erste Band, ich hab jetzt mal kurz nochmal nachgeschaut, weil ich, ohne Scheiß, das macht mich echt wahnsinnig, auch beim Wesen schon. Der erste Band endet, als Karl angeschossen wird. Genau, das ist ja bei uns schon die zweite Staffel. Das ist bei uns irgendwann in der zweiten Staffel. Aber, jetzt, nur mal so, diese... Das ist schon die erste Folge, oder zweite ist das schon. Echt? Ja. Okay. Aber jedenfalls gibt's das Ende aus der ersten mit dieser... Gar nicht. ...mit diesem... Ja, mit diesem Meerrohr. Das gibt's da gar nicht. Das taucht da gar nicht auf. Also, wir sind hier, die kommen aus der Stadt raus, wo sie sich dann mit der Siffe einschmieren. So rennen sie aus der Stadt raus und dann sind sie eigentlich quasi schon gleich im Wald und Karl wird angeschossen. Also, das geht alles recht zügig. Ja, mit der Siffe schmieren sie aber deswegen ein, weil sie ja die Waffen haben. Also, die gehen ja, das ist ja das nächste halt. Die sind auch nicht als Grüppchen da drin, wie in der Serie zum Beispiel, sondern die gehen ja wirklich nur zu zweit rein. Genau. Und dann fällt es auch trotzdem, es regnet an. Und dann kommen sie zurück, dann gibt's diesen Zombie-Überfall auf das Camp und dann hauen sie da. Den gibt's auch noch. Ja, aber, wie gesagt, es gibt danach halt nichts, die reißen da nicht noch irgendwie rum oder so, wie es im ersten... Ja, Leute sterben auch. Das spoilte ich jetzt aber nicht den Leuten, die den Comic noch nicht gelesen haben, weil das ist zur Serie völlig anders. Und es macht's, wie gesagt, also mir macht es halt Spaß, es nochmal zu lesen, obwohl ich einige Sachen kenne. Beim Band 2 ist es dann genauso, ein bisschen drastischer sogar noch, weil sich die Charaktere auch ganz anders verhalten, wie in der Serie hat. Ja. Ja. Aber ich find's gut. Wie gesagt, Preis-Leistungs-System stimmt hier für mich super krass. Also 8,99 für 100... Wie viel waren's? 144 Seiten. Das ist irgendwie so was. Das kannst du machen. Das ist dann sogar in dem Budget drin, wo man sagen kann, okay, man kauft gleich 3 oder 4, ne? Und ist dann mal irgendwie... Hat dann noch ein bisschen was zum Lesen. Genau. Ja, ich find's gut. Mir gefällt's. Schöner Einstieg wieder in diese Serie, auch wenn sie jetzt überall aufhört. Die Serie hört ja auch auf. Staffel 10, glaub ich, sind wir jetzt. Irgendwie. Keine Ahnung. Ich hab jetzt die letzte Xenie gesehen, aber ich weiß gar nicht, welche Nummer das war. War das irgendwie auch 9? Das war 9, ja. Das war 9 mit den Whisperern. Ja. Ja, mir hat's gefallen, hat's Spaß gemacht. Ja, schon. Back in Zombieland. Na ja, das Video war auch anders. Okay, wir schlurfen von Dunnen, das war's von uns, würde ich sagen. Wir schlurfen von Dunnen. Und sehen uns den nächsten wieder bei einer neuen Review. Ich schmeiß schon mal alles weg. Jawohl, hau's davon. Yeah! Bleib giech, bleib nördig, lieb die Haare, bis demnächst. Ciao, ciao. Warte, ich bin eben.